Hallo liebe Zuschauer, heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Pure-Konfigurator Ihr perfektes Korpusmöbel bequem von zu Hause aus gestalten können. Einfach schnell und genauso, wie Sie es möchten. Der deutsche Hersteller Pure hat den Konfigurator so gestaltet, dass Sie in Echtzeit eine Visualisierung mit Maßen, Farben und Texturen sowie einem Preis bekommen. Auf der Website www.pure.de gelangen wir zum Konfigurator. Wir nehmen mal die Glamour-Box als Beispiel. Der nächste Schritt ist, dass wir das Land Österreich auswählen und jetzt kann der Spaß beginnen. Entweder starten wir mit einem vorgefertigten Möbel, welches abgeändert werden kann, oder wir bauen von Anfang an alles neu auf. Auf der rechten Seite sieht man die Schritte 1 bis 3, welche nacheinander erledigt werden. Beim Korpus können wir die Breite, Tiefe und Höhe so anpassen, sodass es für unser Zuhause perfekt passt. Farbtechnisch würde ich gerne mal statt dem weißen Hochglanzkorpus einen anderen Farbton in Matlackausführung sehen. Wir können uns durch insgesamt 29 Farben durchklicken. Das Besondere bei der Glamour-Box ist die außergewöhnliche Spiegelfront, die können wir auch nochmal farblich anpassen. Auch das Fußgestell ist wählbar. Rahmengestell hoch oder niedrig, Eckfüße, Gleitfüße, Stehen auf einem Sockel oder sogar Wand hängend ist möglich. Mit dem Cursor kann man sich das Modell von verschiedenen Perspektiven ansehen. Ich bin einmal gespannt, wie die Inneneinteilung des Möbels aussieht. Ja, so ist es perfekt. Jetzt können wir es abspeichern. Was mich noch interessieren würde, ist der Preis. Und den sieht man rechts bei dem Symbol mit dem Eurozeichen. Danach kann es als kalkulierter PDF oder auch als Bilddatei in einer beliebigen Perspektive abgespeichert werden. Designen Sie jetzt Ihr eigenes Pure Möbel. Gerne sind wir bei Wundesign Meierhofer für Sie auch als Unterstützung da. Spürmer Musik 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 Vielen Dank.